Musik Jo, moin, genau deswegen. Und ich betone, die Gleise sind sauber, extrem sauber. Trotzdem Kontaktprobleme auf den Weichen im Bahnhofsbereich, obwohl ich da in den letzten vier Wochen sechs zusätzliche Strom-Einspeisungen eingebaut habe. Und das wird immer schlimmer. Die alten Arnold-Stahl-Gleise korrodieren einfach. Ich mag einfach nicht mehr. Und dann hat noch der drittletzte Weichenantrieb den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich nur noch zwei funktionierende Weichen von elf insgesamt. Der Rest ist alles auf Handbetrieb umgerüstet. Ich will nicht mehr. Daher plane ich den Abriss. Jo, dazu habe ich alles von der Anlage runtergeräumt, was irgendwie Schaden nehmen könnte. Und dann habe ich losgelegt. Wech mit die Kram. Ratze, putze, wech. Sieht irgendwie ein bisschen traurig aus. Aber irgendwie ist es auch befriedigend. Leider hat so gut wie kein Gleis das Massaker überlebt. Die einzigen drei Überlebenden hatten sich im Tunnel verborgen. Die konnte ich heile abbauen. Der Rest ist, äh, ja, Schrott. Sehr wichtig war die komplette Entfernung des Schotterbetts. Auch bis in die Seitenbereiche rein. Ähm, und hier seht ihr auch warum. Also alle, die jetzt Angst hatten, dass ich meine Anlage komplett demontiere. Nein. Ich steige nur auf ein moderneres, betriebssicheres Gleissystem um. Und durch die Schotterbettung des Cato Unitrack Gleises brauchen die Gleise eine etwas breitere Basis. Daher musste ich dann das Schotterbett wirklich komplett wegkratzen. Und vor allen Dingen auch die von mir benutzten Klebebänder. Diese Schaumklebebänder, die ich zur Schalldämmung benutzt habe, auch wegmachen. Was bei dem teilweise benutzten Karosserie-Dämmband, das schwarze, echt ein Schmerz im Arsch war. Das wieder runter zu kriegen. Das klebt echt überall drauf wie Hölle. Ist aber anschließend echt schwer wieder runter zu kriegen. Daher der Tipp, wer das benutzt, das ist sehr geil. Das klebt echt überall. Aber es ist besser vorher einmal eine Schicht Malerkrepp und dann erst das Klebeband drauf. Das habe ich an einigen Stellen gemerkt, wo ich Malerkrepp geklebt hatte wegen Weichen. Und dann erst das Klebeband. Das ging wesentlich besser ab. Und durch die etwas breitere Gleisbasis musste ich auch meinen Bahnsteig nachbearbeiten. Was mit einem scharfen Stecheisen recht gut ging. Das war ja Modelliermasse, die ich da benutzt hatte. Leider gab es da einige Kollateralscheiden. Aber die sind mittlerweile wieder repariert. So, hier nochmal der Gesamteindruck des komplett bereinigten Trassees. Ich hatte die Gleise schon bestellt und am Freitag hätten sie kommen sollen. Aber der Zusteller hat es nicht gebacken gekriegt, bei den Nachbarn zu klingeln. Leider. So ist das Ganze in der Paketstation gelandet. Und ich kriege den Abholschein leider erst wahrscheinlich Montag zugeschickt. Gestern, Samstag, war er nicht in der Post. Am Anfang war ich etwas zerknirscht deswegen. Aber die Reinigung der Trasse hat doch etwas länger gedauert als gedacht. Insgesamt zwei Tage, damit es wirklich gut ist. Also, die Verspätung des neuen Gleises ist nicht ganz so schlimm. Zweimal kurz hatte man das weiß eingefärbte Kato-Gleis ja schon gesehen. Und wahrscheinlich haben einige gedacht, ups, was ist das denn? Das gibt es so nicht serienmäßig. Das serienmäßige Gleis hat halt normal schwarze Schwellen und Schotterfarben. Ich habe das mal testweise mit Mattlack-Weiß aus der Sprühdose lackiert. Und wenn man die vorher ineinander steckt, dann hat man wahrscheinlich auch keine Kontaktprobleme. Und das macht sich eigentlich so ganz gut. Wenn man das dann nachträglich noch ein bisschen mit Modelliermasse und ein bisschen Schotter und noch weißer Farbe dann in die Landschaft einpasst, könnte das sogar gar nicht mehr sichtbar sein, dass das ein Kunststoff-Schotterbett ist. Und das wird sich dann zeigen. Leider dauerte es noch bis Mittwoch. So lange hat es gedauert, bis die Abholkarte da war. Dann habe ich natürlich sofort den Kram aus der Packstation geholt. Erstmal begutachtet. Und dann auch recht schnell angefangen zu puzzeln. Ich war erstaunt, wie gut das eigentlich auf den alten Gleisplan passte. Ich hatte das mit einer Software so Pi mal Auge abgeschätzt und kam mit den Gleisen eigentlich sehr gut hin. Ich hätte sogar eine Packung weniger Ausgleichsstücke kaufen können. Natürlich musste ich dann auch sofort eine Probefahrt machen im provisorisch aufgebauten Zustand. Bei dieser Runde ist auch erstmal nur provisorisch eine einzige Einspeisung angeschlossen. Und ich muss sagen, dafür läuft das echt schön regelmäßig. Also wird gut klar in der Steigung ein bisschen langsamer. Aber ansonsten eigentlich sehr schön gleichmäßig und ruhig. Auch das Laufgeräusch der Züge ist viel, viel leiser als vorher. Das Kunststoffschotterbett scheint ganz gut zu dämmen. Man sieht hier auch schön, wie ruckelfrei das über die Weichen gleitet. Also das ist einfach genial. Also ein Unterschied wie Tag und Nacht zu vorher. Ja, dann habe ich den ganzen Kram in größeren Segmenten abgebaut und im zusammengesteckten Zustand mit mattweiß lackiert. Ich habe leider vergessen davon Bilder zu machen. Anschließend habe ich das wieder provisorisch aufgebaut. Diesmal allerdings auch die Prellböcke in die dafür vorgesehenen eigentlich Übergangsgleichsstücke. Aber die Prellböcke passen da perfekt rein als Abschluss. Ist total genial. Normalerweise dienen diese Gleise zum Übergang zum Minitricks oder ähnlichen Gleissystemen. Ich habe einfach die Gleisschuhe da rausgepflückt und dann die Prellböcke da reingesetzt. Natürlich musste ich dann gleich erstmal nochmal eine Probefahrt machen. Diesmal mit dem Reinigungszug nochmal. Und läuft ganz gut. Also ich habe die Schienenoberflächen mit einem Stück Resopal gereinigt. Ja, kein Schleifpapier benutzt oder irgendwas Mitteilendes, um die Gleise nicht zu beschädigen. Die Oberfläche nicht aufzurauen. Das ging ganz gut. Ich musste dann zwar ein paar Runden mit dem Putzzuch noch nachdrehen, aber dann lief es eigentlich sehr gut. Nachdem sichergestellt war, dass alles funktionierte, habe ich dann die Elektrik in Angriff genommen. Ja, leider fehlten mir einige Verlängerungen für die Weichenantriebe. Daher habe ich erstmal nur vier Weichen angeschlossen. Ich muss sagen, die Stellpulte von Kato passen farblich eigentlich ganz gut zu dem alten Titanic-Fahrregler. Finde ich irgendwie cool. Ein bisschen heller, aber auch blau. Ich habe dann auch die restlichen Einspeisungen hinzugefügt. Noch eine weitere oben weiter und dann zwei in dem Abstellbereich vorne am Industriebegleis. Weil der Hosenträger eine Stromkreistrennung macht. Und dann kann man, wenn die Weichen umgestellt sind, kommt man nur bis zur Mitte. Daher habe ich dann beidseitig in die Abstellgleise auch nochmal einen Stromanschluss reingesetzt, um da dann auch fahren zu können. Funktioniert ganz gut. Jetzt habe ich also insgesamt vier Stromeinspeisungen und für den eigentlichen Hauptstromkreis sogar nur zwei. Im Gegensatz zu vorher, wo ich zig davon hatte und das wurde immer schlimmer. Und es läuft echt super geil. Weil, wie man hier sieht, also auch im langsamsten Modus, fährt er so richtig schön gleichmäßig durch die Gegend. Die Investition hat sich auf alle Fälle schon bezahlt gemacht. Wie ich jetzt die Gleise genau in die Landschaft einbinde, weiß ich noch nicht ganz. Ich habe da ein paar Ideen, aber das kommt jetzt. Außerdem muss ich erstmal noch auf den Rest der Elektrik warten, um da die restlichen Weichen aufverdrahten zu können. Aber nochmal langsam fahren. Das ist Spur N. Ist das geil oder ist das geil? Also kein Vergleich zu vorher. So, ich hoffe ihr hattet Spaß dabei. Genauso viel wie ich. Ich habe dermaßen viel Spaß jetzt mit den neuen Gleisen und ich hoffe euch hat das Video gefallen und wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.